Was hast du gerne? Dass er hat Baby-Born-Kalember. Und Trinidad und Elvis haben einen Überraschungseis. Schau mal. Tutti! Bist du noch ein Weihnachtsgarten? Ein bisschen süß. Dann kannst du gerne die Weiche. Aber ich glaube, die reagieren wieder, gell? Was musst du da sein können? Dann kann man schon alle trinken. Ja. Schau mal. Schau mal. Jetzt mach ich Kokoschammeln. So. Bei einem Tropfen sieht man gar nichts. Na dann. Jetzt unterbrocken. Freaky Week. Komm. Zwei. Ey, das kostet mal diesen guten Kippern. Ja, dann bist du übersichtlich. Kippern. Ist das übersichtlich? Geh mal aufspielen. Wer hat? Lennot. Ja. Wird der Mann nur noch die Golde? Kippern. Wirst du da oder? Ja. Gut. Wird der ihr übertragen? Ja. Und den noch. Wird der Mann nur noch die Golde? Ja. 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 Beisinn ein bisschen. Ja. Bist du noch weh? Nein. Nichts mehr? Ja. 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 Das ist das Ei Pinsel. Ja. Hey!